Wir haben eine knappe Viertelstunde für die Kontemplation mit dem Thema Glückssuche. Ist ja knapp bemessen für die Glückssuche in unserem Leben, aber wir können einen Anfang machen. Und ich lade euch ein, mal die Augen zu schließen und zurückzudenken als kleines Kind, was war da mein größtes Glück? War es, dass ich bei der Mutter mal nah sein konnte oder im Arm liegen durfte? Oder war es, dass ich mit dem Vater etwas unternehmen konnte, dass der Vater mich oder Mutter mich lobten? Oder war es ein besonderes Tier, mit dem ich gerne spielte? Oder auch ein Spielzeug? Hatte ich irgendeinen besonderen Platz? Alles das können Kindern ein Glück bedeuten. Aber was war denn mein Glück? Dann gehen wir mal weiter und sehen uns als Schulkinder noch in die Grundschulklassen. Was habe ich da als Glück empfunden? War mir die Schule lieb oder war sie mir zuwider? Hatte ich irgendeine Freundin, Freund? Mochte ich einen Lehrer oder Lehrerin? Oder das Spielen zu Hause? Oder lesen, als ich vielleicht schon lesen konnte? Malen? Musik machen, vielleicht Flöte spielen oder irgendwas oder singen? Oder träumen? Vielleicht war auch die Kirche für mich sehr wichtig in diesem Alter? Was war denn die Kirche für mich sehr wichtig? Was war die Kirche für mich sehr wichtig in diesem Alter? als glücklich ansehen kann. Nicht das Glück zu hoch legen, die Latte zu hoch legen dafür, sondern einfach dieses, ja, das war schön, da habe ich mich gefreut. Das war ein glücklicher Augenblick. Oder ich wurde gelobt, ich hatte Erfolg mit irgendwas. Dann schauen wir weiter, so als wir in den weiterführenden Schulen, als Jugendlicher, Jugendliche. Was war da wichtig? Was habe ich da gesucht? War ich vielleicht schon absichtlicher gesucht? Hatte ich vielleicht schon Ideen, was ich haben wollte? Was ich meinte, was wichtig für mich wäre glücklich? Meistens sind es ja Freundschaften, aber es kann auch was ganz anderes sein. kann irgendein Hobby gewesen sein, der Sport, was da war. Vielleicht waren es auch die ersten Erlebnisse von Sexualität, die da einen wichtigen Eindruck hinterlassen haben. Wir schauen jetzt nicht die Ängste an, wir schauen und nicht die Sorgen, was man in dem Alter ja auch hat, in jedem Alter, in jedem Alter, wir schauen wirklich das an, was mir damals Freude gemacht hat und was ich auch glaubte, was mein Glück wäre. Manche Menschen sind in dem Alter von Gedichten beglückt, von Musik, oder oder kennen einen einen Menschen, den sie als Ideal ansehen, auch soziales Engagement, helfen wollen, als Glück und 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 immer wieder gelten natürlich auch Erfolge, gelten Anerkennung, Lob, er gilt Zuneigung, Liebe, und тора die und dem Zeit der Ausbildung, Berufsausbildung, und wo schon viel Selbstentscheidung mitspielte. Und schauen, wir haben ja mit unseren Entscheidungen immer uns eine Richtung gegeben, gerade bei Ausbildungen. Aber was war in dieser Zeit sonst noch für uns wichtig? Waren es die Erfolge in der Ausbildung, Studium, oder was es war? Haben wir da Menschen kennengelernt, die wichtig für uns waren? Haben wir da vielleicht schon eine Partnerschaft gegründet? Wir haben noch fünf Minuten und dann wollen wir weiterschauen. Wir sind im Beruf, in der Partnerschaft, wenn wir eine haben. Wie geht das weiter? Was haben wir dann als Glück gesucht? Was ist in unserem, sagen wir, gereiften, nicht im Alter, sondern im mittleren Alter, dann besonders in unser Leben getreten? Haben wir uns mehr erlauben können? Haben wir etwas aufgebaut? Beruf oder Haus oder Familie? War es dieses Aufbauen? Vielleicht Sicherheit bekommen? Und dann gehen wir mal die letzten Jahre zurück, dass ja irgendetwas uns angeregt hat. Dass wir so etwas wie Meditation suchen, wie einen spirituellen Weg, der ist ja damit verbunden. Warum? Was war es, was uns auf diese Richtung aufmerksam gemacht hat? Ist das auch eine Glückssuche? Ist das auch eine Glückssuche? Und dann wäre es für uns interessant. Und dann wäre es für uns interessant. Und dann wäre es für uns interessant. zu sehen, was haben wir für eine Glücksvision für unsere Zukunft? Zukunft beginnt jetzt. Man kann bis in viele Jahre hineingehen. Wir wissen ja nicht, wie lange sie für uns dauert. Was sehen wir als Glück an? Wir wissen ja nicht, wie lange sie für uns tun. mal auch mit anderen Worten innerlich beschreiben, also was ist das alles, was ich eigentlich als Glück für mich sehen kann. Ganz verschiedene Dinge, kann auf verschiedenen Gebieten sein, auf dem materiellen Gebiet, auf dem Gebiet der Sinne, auf dem Gebiet der Beziehung, des Sozialen, auf dem Gebiet der Spiritualität. Wir haben viele Gebiete und auf dem Geistesgebiet natürlich auch Lektüren oder Weiterbildung, was es sein mag. Alles das mal anschauen. Was kann mein Glück sein? Was stelle ich mir vor? Und das können wir jetzt nicht alles noch bedenken, aber dafür haben wir Zeit, uns auch gut sich mal aufzuschreiben. Was ist mein Glück? Jetzt kommen wir ganz zu uns zurück, lassen das Denken los und spüren deutlich, da sitze ich jetzt. Hier meine Füße, mein Rumpf, mein Hals, mein Kopf. Ich spüre den Atem, ich lebe hier und jetzt. Ich spüre den Atem, ich lebe hier und jetzt. Du bist Challenge. Ich rufe die Entzüren für euch.